Und hier kommen wir jetzt natürlich auch ganz easy drüber, also so ist es nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob da oben irgendwie noch ein Durchgang ist. Also hier muss irgendwas sein. Hauen wir mal eine Bombe raus. Nö, nö, nö. Wie kommen wir denn dann bitte schon da rein? Ah, wenn nicht so, dann halt anders, ne? Oder wie war das? Ah, diese kacke Gegner. Naja, dann werde ich mich jetzt wahrscheinlich mal Richtung North herbegeben. Weil, um nach Ridley zu kommen, muss man nach North her. Und wir kommen hier nicht durch. Hups, falscher Weg. Naja, kann mir auch mal passieren. Dann können wir auch direkt nochmal, äh... ...und, ja. Dadadaa. Wir gehen jetzt... Wo gehen wir denn jetzt hin? Ach ja, genau. Ich will jetzt einmal zum Schiff. Dort werde ich meinen Missile-Container auffüllen, beziehungsweise meine Supermissiles, weil ich jetzt aber auch keine Ahnung, wie für Supermissiles wir insgesamt haben. Und ja, ich habe immer die Bomben ausgewählt. Das wollte ich mal schleunigst ändern. Aber erst mal müssen wir zurück nach hier oben. Ach, warum mache ich mir verdammt nochmal den Weg so schwer? Ja, bin ich etwa so bescheuert heute? Meine Fresse, ich habe es echt drauf. Und den ganzen Weg nochmal zurück. Ich sehe die Gehirne halt einfach so gerne, deswegen muss ich hier eben mal hin und her laufen. Außerdem finde ich den Space-Jump einfach nur cool, weil der ermöglicht es mir, durch diesen Scheiß-Stand zu kommen, ohne den Scheiß-Stand zu berühren. Scheiß-Stand. So. Hier, verrecke, du Krabbe. Jetzt nehmen wir mal den regulären Weg, der uns auch ein bisschen weiterbringt. So. So, hier entlang. Tschüss. Ha. Und jetzt müssen wir, in welche Richtung gehen wir das? Breenstar, Breenstar, äh... Ah, ich sehe nur Meridia. Verdammte Axt. Kommen wir jetzt hier... Aha. Criteria. Norfair. Wir kommen hier runter nach Norfair. Da will ich ja auch hin. Aber was ist denn das da? Da will ich gerade... Da gibt es noch einen Weg, den ich nicht hergekundet habe. Dann sollte ich vielleicht da erstmal hingehen. Bevor ich mich jetzt wirklich darum mache, da durch einen Breenstar zu lutschen. Ha, der war gut. Zack. Friss meine Missholtz. Also, wir können jetzt auch durch Gegner schießen. So. So. Also, jetzt hier muss irgendwo noch ein Weg sein, den ich noch nicht erkundet habe, wirklich. Warum, wieso, weshalb auch immer eigentlich... Brauche ich die gar nicht mehr, wenn... Ja, wenn sie natürlich auch das macht, was ich will. So. Wo war der Weg? Wir sind schon fast da. Okay. Gut. Ich glaube, hier kamen wir nur mit der... dem Grappling Beam rüber. Ja, ich glaube, das war die Stelle. Scheiß-Schlechmücken. Geht mir alle auf die Nerven. So. Sie kommen ganz genüsslich hier rüber. Was ist da denn das passiert? Meine Fresse! Jetzt lass mich doch zum Sprung kommen. Ja. Na, geht doch. Dass man nicht mehrmals aggressiv werden muss bei sowas. So, was haben wir hier? Was erwartet uns hier? Ach, die X-Ray Scope. Ja. Ganz vergessen, dass es die auch noch gibt. Das X-Ray Scope haben wir dann auch nochmal gefunden jetzt. So ganz locker lässig. Obwohl es jetzt eigentlich für uns schon halbwegs unwichtig ist. So, hier kommen wir unten entlang und zu alles. Das kann man dann dadurch erkennen. So. Habe ich das auch schon mal aufgesprungen? Ach so. Ähm, okay. Ich dachte, da wird jetzt noch irgendwas Besonderes auf uns warten. Ach so. Gut. Naja. Das X-Ray Scope ist jetzt nicht wirklich so wichtig. Man kann damit halt versteckte Räume besser sehen. Aber, ja. La la la. Wir segeln hier entlang und kriegen voll einen vollen Latz. Ja, kann ich auch direkt jetzt mal nach oben gehen. Dann gehen wir gleich nach Norfair. Vielleicht hier unten irgendwas. Jetzt muss ich es ja mal testen, wenn ich es schon habe. Ob es hier irgendwas gibt. Nein. Auf nach dem Schiff und dann nach Norfair. So. Ach, ich gehe direkt nach Norfair. In Norfair werde ich schon genug Raketen sammeln und so. Wenn ich dann Fridley brauchen kann. Uah, geh weg. Einfach sicherheitshalber, damit mich nichts töte versehentlich. Gut, da hätte ich jetzt auf der linken Seite auch Energie tanken können. Ah, scheiß drauf. Ich hege jetzt einfach mal die Hoffnung, dass ich das Spiel jetzt noch durchkriege. Aber wir haben noch einen guten Weg vor uns und der wird nicht gerade einfach. So, da kommen wir jetzt runter nach Norfair. Mal schauen, ob ich den Weg dahin jetzt schaffe. Wo wir hin müssen. Wir müssen nach. Wo müssen wir denn hin? Hm. Genau, wir müssen nach da unten hin. Da können wir jetzt einfach einen super langen Weg nehmen. Oder ich glaube, es gab auch einen verkürzten Weg. Aber ich werde mich einfach auf den Weg beschränken, den ich ja jetzt am besten hinkriege. Na komm, hoch da. Ach, leck mich doch. Nimm mich halt den Umweg. So. Hm, hm, hm. Ah, hier können wir doch einfach so machen. Damit umgehen wir so um so vieles einfacher und alles schneller. So, und jetzt von hier aus. Ach ja, genau, in Lava können wir jetzt auch gehen. Das stimmt ja. Da ist er jetzt wegen der Gravity Suit. Ah, Superbomben. Hier, komm. Friss. Ja, jetzt auswählen hier. Friss die. Ich muss hier gucken. Gut, nach hier unten sollte richtig sein. Wie gesagt, es sollte. Es muss aber nicht unbedingt. Aber ich glaube schon. Nochmal nachgucken. Ja, ganz nach unten natürlich praktischerweise. Ja, komm hier. Friss mein Laser. Du komische Lava-Hand, du. Ja, genau du. Du bist gemeint. Ja, jetzt bin ich hier. Hier wollte ich hin. Hier gibt es übrigens... Ach, falsch. Ah, Mist. Genau, und hier haben wir... ...den Weg, wo ich hin will. Wo wir hin müssen wollen, ist eine andere Sache. Ob wir müssen... Ich glaube, hier können wir noch einen... ...E-Tank oder so abstauben, oder... ...können wir nicht. Ne, ich dachte, wir könnten... ...ja, auf jeden Fall kommen wir hier dann wirklich nur entlang, wenn wir die Graffiti-Suit haben. Weil dann, wenn wir die Graffiti-Suit haben... ...dann... ...können wir... ...in Lava schwimmen. Dankespiel. Ja, und dann sind wir hier oben. Das sieht schon sehr gefährlich aus, ne? Ist es auch. Aber nur ein bisschen. Und hier können wir speichern. Yes. Save complete. Dankeschön, Spiel. Und dann geht's hier runter. Und hier unten werden wir dann halt auch auf Ridley treffen. Aber erstmal können wir hier... Die Musik wird natürlich ein bisschen aggressiver, gefährlicher und ja... Aber sie hört sich cool an hier unten. Also ich mag die Musik hier unten richtig. Jetzt gibt es zwei Wege. Welcher war der richtige? Ich nehm mal den hier. Oh, ich mag diese Musik. Die ist so geil. Ich würd's am liebsten wieder lauter stellen. Ah ja, genau. Die kann man nur so töten. Guck mal, ich mich gleich drum. Die andere Seite war ja auch noch was. Wow, ein Lag hatten wir schon lange nicht mehr gehabt. Wow. Ah, wow. Du bist gerade... Ähm, hier sollten wir übrigens nicht reinspringen. Das ist wieder so eine Art Säure. So, was haben wir denn hier jetzt? So. Immer schön brav alles erkunden. Äh, Säure. Ja, äh, scheiße. Du beschissener Lag. Nicht in dem Moment. Äh, Bombe. Ach so. Ja, stellen wir uns mal wieder rein. Und er lässt die Lava abfließen. Das bringt uns natürlich super viel. Aber jetzt können wir hier runter. Und hier unten können wir wieder was kaputt machen. Wie sonst auch. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ach, jetzt sind wir schon hier. Mist, hier wollte ich noch gar nicht hin. Erstmal den Misser-Container holen. Das ist nur einmal. Ja, ich liebe dich. Das ist nicht so toll. So.